Mit Valentina Brugger. Im Dezember hat in Klagenfurt in der St. Feiterstraße der erste Jura-Store in ganz Kärnten eröffnet. Am Freitag ist auch noch die Firma Liebherr in das Geschäft mit eingezogen. Kaffeemaschinen und Weinkühlschränke unter einem Dach. Ingo Bender, Geschäftsführer. Wir haben auch 15 verschiedene Kaffeesorten, die der Kunde bei uns probieren kann. Und wenn er möchte, kann er nachher noch einen guten Wein in unserer Weinabteilung genießen. Also alles rund um den guten Genuss. Für alle Jura-Kunden gibt es jetzt auch die Möglichkeit, eine defekte Kaffeemaschine für einen Pauschalpreis vor Ort reparieren zu lassen. Aktuell beträgt die Wartezeit rund 10 Tage.